Herr Schaaf, nach Ihrer Wahl am vergangenen Sonntag als neuer Oberbürgermeister hat Sie der amtierende Oberbürgermeister gleich in den Corona-Krisenstab geholt. Das heißt, Sie hatten eigentlich gar nicht lange Zeit zu feiern, sondern waren gleich am Montag in der Sitzung mit dabei. Berichten Sie uns doch mal ein bisschen daraus. Wie ist es da abgelaufen und was hatten Sie für einen Eindruck? Feiern war ohnehin nicht drin. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen war die Feier oder hat die Feier bestanden in einer Videokonferenz mit meinen Parteifreunden. In der Früh ging es tatsächlich sofort los. In der Früh um neun hat mich Herr Dr. Lösel eingebunden in die Führungsgruppe Katastrophenschutz und habe da meine erste Sitzung absolviert, habe hautnah erlebt, wie dort gearbeitet wird und ich habe die Zusammenarbeit dort als sehr professionell wahrgenommen. Jetzt vielleicht können Sie uns noch ein bisschen Einblick geben. Wie wird da diskutiert oder werden da gleich Entscheidungen getroffen? Wie haben Sie die Stimmung da wahrgenommen? Die Stimmung ist hochkonzentriert und wie gesagt professionell. Es ist ja so, dass zahlreiche Teilnehmer dort per Video zugeschaltet sind. Es ist ja nur ein kleiner Kern, der tatsächlich sich im historischen Sitzungssaal trifft. Ist ja auch sinnvoll, um das Ansteckungsrisiko auch dort zu minimieren. Und es waren alle möglichen Leute, die da in der Katastrophenschutzgruppe mit dabei waren. Vom Personalreferenten über Feuerwehr, Vertreter der Ärzteschaft, also kunterbunt. Es waren alle Themen im Prinzip vertreten, die irgendwie mit Corona zu tun haben. Kann man also zusammenfassen, dass Sie denken, dass Ingolstadt ganz gut gerüstet ist für die Krise? Wie schätzen Sie das ein? Sie sind nicht immer Teil dieses Krisenstabs, aber ein bisschen Einblick haben Sie ja schon bekommen. Jetzt kommt es darauf an, sich bestmöglichst vorzubereiten auf das, was noch kommen kann. Die Ansteckungszahlen sind ja bei uns nicht so dramatisch wie jetzt beispielsweise in Italien oder in Spanien. Aber wir wissen alle nicht, was kommt. Deswegen das Wichtigste ist jetzt, sich für das Worst-Case-Szenario vorzubereiten. Und da ist mein Eindruck eindeutig, dass wir sehr gut aufgestellt sind im Hinblick auf die Bettenkapazitäten, auf Beatmungsgeräte. Und da habe ich einen guten Eindruck. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, gut aufgestellt sind. Wurden also Ihrer Meinung nach die richtigen Maßnahmen bisher getroffen? Ja, wurden getroffen, ohne dass ich es im Einzelnen beurteilen könnte, weil natürlich viele Fachleute dabei sind, auch aus der Ärzteschaft, die natürlich eine Einschätzung haben, die man als Politiker dann gerne annimmt, weil es eben ein Rat von fachlicher Seite ist. Jetzt sehen wir vor allem in den überregionalen Medien die große Diskussion schon über eine sogenannte Exit-Strategie. Wie geht es weiter? Sie sagen, der Höhepunkt kommt noch auf uns zu. Wie sehen Sie die Diskussion? Sollten wir jetzt schon darüber nachdenken, wie es danach weitergehen sollte? Nachdenken schadet nie, weil es ist natürlich nicht ganz einfach für die Menschen, die jetzt teilweise auch auf engem Raum zu Hause sitzen. Und das birgt natürlich auch die Gefahr für Spannungen innerhalb von Familien. Das ist nicht zu unterschätzen, also wie wir dann aus der Krise rausgehen werden. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, wie wir umgehen mit der Zeit nach der Krise. Überlegen ja, aber ich glaube, es ist noch zu früh, um schon Entwarnung geben zu können. Alles klar. Haben Sie vielleicht noch ein Wort für oder an die Unternehmer in der Region? Für die Unternehmer oder für viele Unternehmer ist die Situation dramatisch. Also deswegen fand ich es absolut richtig, dass sowohl Bund als auch der Freistaat wirklich viel Geld jetzt in die Hand genommen haben, um unsere Wirtschaft zu stützen. Denn diese Entscheidungen waren mit Sicherheit alternativlos. Die Wirtschaft braucht die Hilfe, damit sie dann nach der Corona-Krise wieder schnell in Schwung kommen kann und dass vor allem unsere Arbeitsplätze gesichert bleiben. Das hoffen wir alle. Vielen Dank. Danke Ihnen.